hallo ihr weiküller mit recht herzlich willkommen auf unserem grösschen kanal unserem kleinen stuffin game und hier haben wir die demo version von restless at freddy vorab wir noch ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne die das hier gar nicht machen werden vielen vielen dank dafür new game demo version bis jetzt sieht es ja schon mal cool aus aber das will ja nichts heißen kann sich auch toll wir haben eine flashlight music music yes music und da unten flash jammer really was flash und jammer und hier muss ich music machen jeez also sieht schon cool aus also also interessant aus aber schon noch eine demo ich habe hier keinen äh 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 jeez crazy noch kommt aber keiner der foxy steht auch noch da nicht schon steht auch da hier 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 oder was? Holy moly. Crazy. Noch kommt keiner. Wir haben jetzt gleich 2 Uhr und hier ist auch keiner. Also interessantes Spiel ist das schon. Holy moly. Damn. Ohne Flashlight sehe ich hier nicht. Nice. Ich würde es jetzt begrüßen, wenn man hier wenigstens ein bisschen Action hätte. Der Blaue ist unterwegs. Flasch. Flasch. You are the one of us. Den haben wir schonmal weggeflasht. Jammer. Schicker. Nice. Wir haben unsere gewünschte Action. Music brauchen wir noch nicht. Nice. Irgendwie mag ich es. Irgendwie mag ich das Spiel. Vor allem der Monika gefällt mir. Die Office braucht ja kein Mensch. Aber ich habe irgendwelche Schritte gehört. Oder täusche ich mich. Die Zeit geht gut rum. Und zumindest haben wir mal den Jammer und den Flash benutzen können. Der Foxy steht ja noch. Der Foxy steht ja noch. Dann denke ich mal brauche ich keine Musik. Ich denke mal wenn er weg ist. Der Foxy weg ist. Dann müsste man... Ui. Kommt schon wieder einer. Der Blaue ist noch hier. Die sind auch noch oben. Holy moat. Hier im Office ist keiner. Wir haben gleich 5 Uhr. Aber macht schon Spaß. Macht schon Spaß. Keiner kommt. Hier kommt keiner. Really? Really, really? Oh yeah. Ja. Ja. Der Blaue. Da müsste er... Hat der sich bewegt? Ne. Das sieht immer noch so aus. Wir haben gleich... 5 Uhr 40. Ja. Hier ist keiner. Immerhin ähnchen. Checks. No one is coming. 3... 2... 1... 0... 1... 2... 2... 1... 2... ... ja freunde coole spielchen cool das war wir mal die demo version von restless at freddy's nices game hat spaß gemacht auch wenn es nicht allzu lang gegangen ist aber macht schon mal freude auf die full version wenn jemals eine rauskommt weiß man ja nie so genau bei solchen demo version meistens gibt es nur eine demo dann verlieren sie die lust oder so wir bedanken uns auf jeden fall bei euch fürs zusehen wir würden uns freuen wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem postenkanal bitte bewertet euch das video schreibt es in die kommentare aktiviert die glocke und falls ihr noch kein aber haben solltet was wir nicht hoffen aber man kann es ja ändern dann einfach nur aufs köpfchen drücken press the button to subscribe ansonsten habt spaß genießt das leben übertreibt es aber nicht bleibts gesund passt auf euch da oben in jedem ziel wir sagen tschüppel und ledige holz euer rossi äh euer sm-tel und rossi sorry aber Okay.